1, 2, 3, 4, 5 Ich grüße euch, heute zeige ich euch mal einen Fünfviertel und der macht super viel Spaß. Ich zeige euch erstmal den nochmal langsam, langsam im Tempo und zwar Okay, ihr merkt es schon, der Rhythmus ist sozusagen verteilt auf beide Hände. Bei mir die Haupthand, die rechte Hand spielt auf der Höhe. Wir teilen den Rhythmus in zwei Teile und zwar wir machen zuerst dieses. Also, mit der Nebenhand im Bass, Haupthand zwei folgend. Nochmal, 3, 4, 3, 4, jetzt ohne Pause, 3, 4. Alright, das ist der erste Teil und der zweite ist ein Roll-on, aber eben mit der Nebenhand gespielt. Ja, hier sind die Hände immer abwechselnd. Okay, so und jetzt beides zusammen mit einer Pause. Ich mache es langsam vor erstmal, dann ziehe ich euch rein. Das ist der ganze Rhythmus. One, ich zähle 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal. Und. Und. Okay, ohne Pausen. Fünf Sorte. Ding, dang, dang, ding, dang, dang, ding, dang. Ding, dang, dang, ding, dang, ding, dang, ding, dang. Okay. One, two, three, four, five. Ding, 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 ding Okay. So, das ist der ganze Rhythmus. Das versteht bitte so, das ist ein Grundmuster, das ist ein Schlagmuster. Wir haben das jetzt hier auf eine Trommel gespielt, natürlich. Wir haben das jetzt neulich bei uns Montag im Kurs, haben wir das auf mehreren verteilt. Das ist super cool. Die Nebenhand zum Beispiel bleibt auf der Trommel und die andere Hand, die Haupthand bleibt auf der Trommel. Und die Nebenhand reißt auf den anderen Trommeln herum. Da kannst du super schöne Melodien erfinden. Das macht total Laune. Und das ist ein Muster, das kannst du natürlich verändern, wohin auch immer. Das kann auch ein Vierviertel werden, wenn du möchtest, oder ein Sechsviertel oder was auch immer. Ich möchte dich mit diesem Muster einfach anregen, diese Spielweise dir vertraut zu machen. Okay. Jetzt zum Schluss das Video endet. Ich wünsche dir, hau rein, viel Spaß und ich wünsche dir einen guten Tag. Und ja, zum Schluss spiele ich noch kurz ein bisschen damit rum, als Inspiration. Hier ist Ingo Gutmann. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist mir einfach zu langsam. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. Untertitelung des ZDF, 2020 All right!